Morgen So Morgen Morgen Willkommen zurück zu Let's Play Das Silvester-Special mit Sergeant Spider-Kill und Mr. No 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 Nothing Mr. Nothing So und damit geht die Party so gesagt los Wir hatten ja jetzt der übelste Kamerafehler gehabt, nicht wahr? Was uns ja ein bisschen nervenstrapaziert hat Aber ich glaube jetzt haut doch alles wieder hin Denk ich auch Ich auch Denk ich Juvie ebenfalls Ja, das sieht man wenigstens die Zeitanzeige wieder, weil Ich hab ja so ein HTC Handy bekommen und da ist mit der Kamera auch gut und schön, aber mit der Einstellung ist total verkorkst Und heute ist Silvester, das ist richtig gut Also jetzt noch nicht, aber später Später ja Später im Tage Später am Tage Genau Tageskneiden Ich lasse mir meine neue Haare machen Haftbomb Yeah Nein, ich will nicht Du steigst nicht eins auf Komm her bitte Komm her bitte Lauf, lauf, lauf Hahahaha Ich hole es hier sowieso ein Buttonsmashing Ha! Auf die Fresse Gibt mir dein ganzes Geld Lebt sie noch? Na, die Autos ist leer Nö, doch nicht Junge Was willst du? Junge, du Jetzt hört die Frau über Und Die Ahnung ist noch Hier gehts gut Guuuut Nö, das ist nicht Keine Prostikale Joa Glaub ich hier rein? Ja Oh nö Habera Shop Habera Links Äh, rechts Nicht links Ok, weil es nicht mehr verhabe Hm Eins Zwei Zwei Ok Ich steh mit dem Nest hinter dir Mit der Fähre Will dir aus dem Wald stechen Pfff Wag es dir, Alter Ich hau dir aufs Maul Hahaha Dann kannst du nicht mehr, bist du tot Ich glaub wir nehmen die letzte Nö, ich will Jo Ja Zensiert Ich will die Haare sehen Ja ne Oh Scheiße Sie Wie Lass mich das Bart aufs Ding Die ist einmal glatt aus Ja, na Musst du Mexikaner Bart machen So hier Ja Aber erst mal das Thema Bart Ja Ich habe immer noch eine Volltrotte Die hat Mini Bart Weißt du schon? Ja Immer noch so eine Volltrotte Eigentlich ist aber sehr verboten Ja Ja Ich will jetzt gehen mit Mini Bart beleidigen Ich will jetzt keinen mit Mini Bart beleidigen Aber trotzdem ist das nicht gerade in der Öffentlichkeit beliebt Ja Hahaha Für früher 18 Schön 18 Dollar Und nochmal 113 Hoho So wessen und wenn ich jetzt rausgehe Krieg Na egal Haa, du Motherfucker 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 Motherfucking Motherfucker Motherfucker Motherfucking Motherfucker Der hat Mini Bart 11 Dollar 11 Dollar 11 Dollar So Haare haben wir Lauf, lauf, lauf So Dann gehen wir jetzt nochmal einen Binkus aus drauf Und in den anderen Gewehrern Einkaufen Mhm So Back der Schmach und Steier Na Stubi, Mario Und lauf, der Schlammkopf Wo sind wir denn hier in der Mitte? Hä? Ach hier gibt's nur zwei Willst du mich heulen? Hast du die Friseure? Ja Nee Zeitungsreden Ja Hier mal ein bisschen dem Das ist von Andreas Gassmehr Ja Ja Also hier gibt's zwar auch mehrere Aber nicht so welche, die da auskommen kann Oh Mann Bitch Was ist jetzt los? Spaß hier Ein bisschen lauter Wann Yeah Ja Ja Oh mein Gott Die sind reich Los, freu mich mal nicht Hehehe Ich hab ja was geiles vor Was denn? Ohhhh Was denn? Ohhhh Sei nicht da auf, du Spaß Na das bestimmt ne sterbenlobbermle Ne Hahaha Was explodiert da rum Loil Das Ding ist einfach explodiert So mehr und wie kann es sein? Hauptsache ich hab mein Auto Das Auto ist keine konkurrenten zu meinen Er hat das Auto kaputt Ahhhh Ich bin da, ich lasse mich Ich glaube ich werde nicht ganz Seben Nu war das Ding, der hat Brand bin ich schuld oder was? Hahaha Ja Das war also MacDonald's da MacDonald's date Ja Wow Nein! Oder? Wollen wir den aufbauen? Alles zu machen! Viel Spaß! Opa, dass er keine Waffe hat. Dass er eh keine Waffe hat. Es kommt so alt, dass der Hüfte kommen. Jetzt bitte, bitte. Ich bin der Hüfte. Hier ist es der Hüfte! Jungen! Ich bin der Hüfte. Ich bin der Hüfte. Kannst du nur geschossen. Ja. Geht ja heutzutage sowas von ehem. Ha! Ich schieße die Tür auf. Oh, Fernbedienung. Ja. Ich bin der Unbewaffelte, Leute. Wisst ihr, ne? Ja. Kannst du Explosionen machen? Explosive Schnee, ja? Ja, oder Explosive. Oh, geil. Da will ich nicht hin, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Gut, also gehen wir zum Binko. Ausrauben! Naja, die kannst du nicht ausrauben. Bin ich der Meinung, dass das die waren, die das... Ach so? Ja, das waren die, die du nicht ausrauben kannst. Oh! Auf jeden Fall geile Musik. Das stimmt, ja. Fast zur Nacht. Seifelsage, Alter. Arke, ja. Wer da macht's denn? Das ist gut zu befragen. Ja. Ja. Warte, noch eine? Ja. Eine Gamachen. Es geht so. Hehehe. Oh. Hurem Plaza. Ach, Mann. Dann. Hehehehe. Ja, ist tot. Du bleibst schon raus. Ja, verbrenn, bitte. Verbrenn, stürz! Wie los? Burn, baby, burn! Hehehehe. polizeikreise polizeipunkte mehr sagt ist das ein getransporter? ja ne ist ein polizeitransporter oh noch ein getransporter dann knallst du da oben lustig ja gut hier sollte ich ja nicht das ist hier das ist das aller hier ist das aller hier ist das aller Alter Fjubi das ist das aller Pistole die ganze Karte mache du schießt auf die Schilder was willst du schießen das ist dein Auto Jonny ich weiß du machst es nicht kaputt? ja warum denn? wer fährt heutzutage schon wer fährt heutzutage schon mit nem Auto ganz ehrlich du schießt auf das schießt auf die Schilder du schießt auf die Schilder du schießt auf die Schilder Ja. Oh, aber... Spring! Bist du tot? Ja. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Festplatte war schuld. Festplatte? Ja, haben wir bei einem verworbenen Video gesagt. Wie ist das noch? Ja. Aber das kann man leider nicht zeigen, weil das ja so gesagt abgestürzt ist. Und den hochladen. Trockenhaus Medical Center! Hallo! Ich geh mal... Oh, die haben ja 1.500 Euro bezogen, die Idioten. Ruf ich mir ein Taxi. Oder... Wo ist eigentlich ein Auto geblieben? Keine Ahnung. Schrat! Ja, ich durfte bei mir noch gar nicht aufmachen. Ja... Ich versteh nicht! Okay, in 2 Minuten. In 2 Minuten ist schön, ja. In-game 2 Minuten. Okay. Da kommt jetzt. Ey, du willst vorbei helfen, du Penner! Alter... Hahahaha! Die frohe erst mal Eingachs in die Jagd. Nein? Ja, werde ich nicht hin. Golf Club, Kino, Darts... Ich bin nicht in 2 Minuten. Ich bin nicht in 3 Minuten. Ich bin nicht in 3 Minuten. Ja, ich will. Ja, da wollten wir hin, ne? Genau! Schnell! Schneller! Überspringen wir halt, der wird... 5 Euro teuer. Aber wie gesagt, Schombäu... Ja... Ich hatte das Drip Club, ich mag es auch nicht. Das weiß ich. Ja, also bitte nicht im NLP, nee. Nein. Ja, gut. So, vielleicht ein bisschen Vandal hier draußen. Babys! Aha, Double! Hahaha! Yeeees, Juvie Power! Hahahaha! Kauf dir ein Mario! Kauf dir ein Mario! Kauf dir ein Mario! Ja, Mario! Anzüge! Nein! Nein! Die sind alle so... Ah! Ah! Hier kann man das bringen, geil! Du musst den Weißen haben, nicht den Weißen mit Metzgeranzug! Mit Metzgerschürze! Seht mir das vor, John Boy! Siehst du einen Anzug an, dann hängst du da vorne eine Metzgerschürze! Ja! Geht sowas hier? Nein! Schade! Hätt ich mir das auch gewünscht, aber... Geht leider nicht! Danke, John! Danke! 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 Ich hab eigentlich einen Batch! Ich kenn's gleich Worte! Warte! Bist du tot? Hahahaha! Ne, kommst du ehrlich Rinder! Unsichtbare Wand! Oder? Du kannst nicht boxen! Doch! Ich hab' aber nicht! Ach so! Ich hab' keinen Bock! Ich wollte ja noch ein bisschen shoppen! Ohrringe! 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 Jacken! Jacke! Ich muss meine Baumarkt-Anteil jeden Fall verkopen Sie Metzger-Schürzen! Hemden! Hemden! Ah! Ja! Weißt du was? Ziehst du einen flotten Anzug an? Ja! Ja! Gehst du in den Baumarkt? Ja! Nimmst eine Metzger-Haube, Metzger-Schürze mit einem Anzug? Und dann wird die schnell lange Kettensäge! Und dann so! Hahahaha! Ich glaub das geht sogar! Geht die Arsch-Helser-Massaker! Wenn sie auf der Autosch-Helser-Massaker! Wird ja so witzig wenn das gehen würde! Heißt der sagt geht aber ich weiß ja nicht wo man sich eine Kettensäge anschaffen kann! Weißt du? Okay! Hahahaha! Alter der Laden ist ja voll ge... voll geverpackt! Mit ohne Schlagen! Das ist ja mal lolly! Ist das gerade dein Scheißernst? Hehehehe! Die hat ihren Alarmknopf gedrückt! Hehehehe! Die guckt ja ins Haaren los! Oh! Der ganze harte Junge! Hahahaha! So das muss reichen! Was für das 15 Dollar? Ach du Scheiße! 16! 16! Okay! Aber trotzdem! Die haben wir nur nicht! Versteckst du dich erst mal hinter Dresen? Ja warum nicht! Ich hab mich wirklich gewillt! Run boy run! Ach ja den Mimix hab... Ja die hat er von Mimix und die wichtige Mucker! Weißt! Ja! Klar ne! Schnauze! Wo ist denn das Auto hin? Echt? Ich meine... Ich meine... Ich meine es von den anderen Typen wo das Auto hin ist... Ja! Ist mit dem Buhu shoppen gefahren! Ja! Kennst du Buhu? Ja! Und Spamario ja! Die Mucke geht ab Alter! 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 Schnauwie! Ja! Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren hier! Das Hauptschlussplatz? Neu! Zur Bank! Ja! Bloss-Fantast-Karten? Haben wir aber auch noch so viel? Nein! Und du fährst zur Bank! Ähm... Weck das gerade... Ich glaub in Hangar gibt's bestimmt einen Panzer! Ne! Flugzeuge! Nur Flugzeuge! Ja! Ich glaub da gibt's doch Panzer! Ich glaub da ist nicht M! 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 Ach so war jetzt der Laden! Die Discounterkette! Ne! Der Typ! Achso! Weil jetzt M sieht ein bisschen aus wie... M sieht ein bisschen aus wie von der Metro! Ne? Wirklich jetzt! Ja! Ich bin schneller als ihr! YAMUKAYO SHUBI! Hahaha! Ja! Die lässt doch! Ja! Ja! Hahahaha! Alter! Du demolierst das Auto! Ich so ehemalig! Aufgepasst! Ne! So! Nein! Hör. Ich hab das kaputt! Ey! Das Auto ist Schrott! Schöne Plattenbauten! Da ist ein Polizist! Das ist mir egal. Ich dachte, ihr wollt jetzt umfahren! Echt? Ja, logisch! Ach, da war der Schlitt! Also, ich würde sagen, der ist tot! Junge! Wir müssen jetzt mal den anrufen, ne? Wen denn? Na, ihn hier! David Cho! Oh! Relator! Jetzt hört mal hin! Yo, Alter! Hauptgeschenk! Ist er der Tote da, den sie anhört? Nein! Ist er der Tote gerade? Nein, das ist das Auto! Von den Typen? Der Todes? Nein! Unsers! Hä? Bist du Stress Bitch? Alter, der kennt dich gleich! Junge, ich hab mir einen Hatsu gekauft! Explosive Schläge, los! Explosive Schläge! Ach Mann! Ich hab gedacht, der ist noch voll! Halt! Fucker! Du machst wieder Stress, Alter! Polizeipunkte aufpassen! Polizeipunkte! Polizei-Punkte sind wieder deaktiviert. Ja! Halt's ab! Boah, schon wieder ein Stern. Das geht aber auch nicht. Polizei-Punkte. Ja, Polizei-Punkte. Ich mag Polizei-Punkte. Wieder hab ich die deaktiviert. Lol. Ich bin da weg. Tschüss! Ich war's nicht, ne? Jupp! Oh, Mauer! Die ist bloß ein bisschen stabil, aber scheiß drauf. Ja. Dann sogar geht alles kaputt. Ne! Junge! Hey, Landstraßenfahrer! Muss ich denn rein? Ah, ich bin klein, ehrlich. Bei GTA San Andreas konnte man die Lappen umrahmen. Ja, ne? Ja. Ich bin nur ein bisschen anger. Michael! Bist du zuhause? Michael! Michael kommt bei South Park vor! Michael, wir müssen mit dir reden! Michael, bist du zuhause? Nö, Tür ist schlossen. Schlossene Einrichtung. Schlossene Villa. Hier wohnen die Luxusverbrecher drinne. Mein Gott! Bist du da? LOL! Dann muss die Villa kaputt machen. Nein. Wenn dich China rennen lässt. Hä? Handy! Welche Tester waren wir auf? Keine Ahnung. Was? Was? Der Autos hatte Zeit! Das ist bescheuert! Ich bin dann bescheuert! Immer den gleichen Autoton! Ich bin dann bescheuert! Ach, wir gehen mal zum Mikro! Despawning! 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 Searching! 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 Next Spawn Point! Hä? Welcome back to Minecraft! Da war ich doch gerade! Wir trinken gerade ein bisschen... Ein bisschen... Warte mal, warte, Orangetrank! Wir trinken ein bisschen Stärke 2. Dann geht es uns wieder viel besser. Hast du gerade gesehen? In der Flasche hat Stärke 2 getrunken. Ja. Ja. Ja! Das war keine Zeit, Alter! Ja! 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 Koppott! Ups! Schnauze! 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 Ach, f***! Autosöl! Wir haben sowas! Nein, ich habe Trevor gerade gesagt! Warte mal! Nein! 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 Kann ich nicht! Okay! Dann hast du es nicht! Das kann ich wirklich nicht hier sehen lassen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir nehmen das hier! Selber! Los! Mach doch nicht! Alter! Wirst du verhindert? Wir nehmen den! Ja! Das ist der geilste Fahrt im ganzen... ... so weit... ... also... ... im Storbeam losgehen! Schnauze! Ist das so verwundbar? Nein! Schade! Das ist das heuerste Auto! Achso! Dricht' nur auf die mit Panzer... ... aus dem Panzer mit den Schrauben da hinten! Dricht' nur auf die aus... Ja! Okay, die Ampel kann man immer noch schrotten! Ja! Das ist ja industries... ... sonst ist die Lampen nicht! Aber doch manche... Nee die kann man doch nicht! Nope.. Manche aber nicht alle! Die hier doch! Die konnte ich gar nicht mitnehmen! Schö proposition! Räh.. Heute fahren wir mal ein bisschen Auto, Autot句... Ja! Vorsicht! Wie wollt ihr doch grad sagen! Ja, der Mann ist gepanzert. Nein, ich dachte, der Mann war das. Iron Man. Die Titan Man. Wenn ihr einen Weihnachtsmart geben würdet... Ah, das sagt man ja nicht, stimmt ja. Sorry. Was denn? Mit dem Weihnachtsmart besser passiert ist, aber nicht. Das war gerade ein bisschen blöd von mir, sorry. Ja, aber sonst... Sonst sind alle Güte, Alter. Viel Fono, tut, tut, tut. Die meisten checken das gar nicht, dass du so amofür hast. Ach, die meisten denken, ach scheiß drauf. Die Frau hat dir gerade angeschrien. Ich glaube, die ist alle weg. Dein Lübze, weil das ist ja nicht gekommen. Doch, ne, das wird ja mit dem Haufen. Schön. Wie jetzt, du stehst wieder auf? Ja. Ach ne, das war da gar nicht die Idee. Ach so. Das war die zweite Formation der Frau. Nein, das war die Idee. Ausrauben, 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 rausrauben, rausrauben, rausrauben. Ist das denn gegen Kino oder nicht? Keine Ahnung. Was kamst du in eine Trott? Ich dachte, ich habe ein Hund gepissert. Ach, das Maumann, so Pescher. Alter, du machst die Uwe? Ja. Ist denn das? Ich habe keine Sache. Panik! Bleib doch nicht stehen! Kei Station Station JA! NU GEH! Ja, ist der Kräme schon, aber ja Strecke in die Laster! Sofort muss er noch stehen! Tschüss! Ja, er hat Behindertenparkplätze versperrt! Ah, ich krampe! Guck mal hier! Geburt! Alter, guck mal wie weit die siehst du ja! 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 Ich pisse an und nehme so ein schnelles Auto und wir nehmen einfach so ein Fun-U-Krug! Ja, wie kann man ja wirklich so schnell fahren? Das würde ich mal ein bisschen! So! Der Part abgekoppelt! Jupp! So! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Mach mal kurz nen Cut, ja! Komm her! Hier geht's ja besser als woanders! Warte! Alter am Text! LoL! 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 Ich! Boah! Konntest du grad nicht hingucken wie in der Kamera! Ja! Oh, die arme Lampe! Oh, der arme Mensch! Oh, knapp! Ganz knapp! Ja! Auf die Schienenfahrt! Der würde nen Junkie machen! Ah! The little mess you go to the train train! Weil wenn dein Zug geht! Hahaha! Yo! Alter! Cool! Wenn dein Zug kommt! Haha! Ich find das lustig! Ist denn ne Brücke da hinten? Ja! Geil! Jo! Und der hat den nicht abgetäunt! Und ey! Stell mal vor da spielen keine Kinder drauf! Ja! Die machen den... Kennst du wie Portering? Was? Von South Park! Wo die sagen Ohl und Johnson! Haha! Ohl und Johnson! Schöner Tunnel! Hätten wir nicht auch so ne fucking schnell Kader nehmen können? Ja! Das sind nicht die U.Vs euch denn da umgedreht! Schöner Weg! Schöner Weg! Schöner Tote! Fahrt die kleinen Autos um in die Nerven! Hahaha! Fahrt die kleinen Kinder bloß um! Fahrt die kleinen Kinder bloß um! Es bremst euch erstmal dabei die U.D. Junge! Musst du mich so mitnehmen! Ja! Das Schild ist schon kaputt! Ach du! Soh... Frag es euch! Verfist es! Spiel die Kinder! Der fällt doch nicht! Ernsthaft! Oder nicht ernsthaft! Hä! Das ist hier die nicht-frage! Genau! Ich weiß nicht, was sowas da mal erwähnt hat. Dings oder Dings wie das da heißen soll. Ihr kennt doch gerade, wenn er in der Schule ein bisschen faul gewesen. So viel faul. Hallo Stewie! Du kleines Arschmix Mario! I'm just a domain! Ups! Falsche Taste! Falsche Taste! Mario! Luigi! Yay, wie viel Geld hast du bekommen? Oh fuck! Schnelles Tempo, 100%! Ich darf hier nicht parken! Ich darf hier parken! Der Haken an der Lappe! Das ist der Name! Naja, Kontakt Trevor! Tresor! 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 Ja Leute, ich ruf jetzt das Downtown Camp Kroo! Ja, kann ich mir bitte ein Kario schicken? Bitte 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 bitte! Kroo beim Fliehen hier! Hab ich schon eine Mechaniker? Mechaniker! Kroo! 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 Oh ja! Dieser ist ja doch nicht! Hintergrund standort! Ok! Der will jetzt Teufel! Ja, er hat doch den Maul. Ein B. B? Da ist ein B hinten. Ja, ich weiß, da will ich jetzt hin. Hallo? Na klar, wir können ja Terror nehmen. Ja, ich treue. Na ja! Du musst wahrscheinlich mit denen was unter das Geheim machen. Ja. Der Geheimeputsch. Hahaha. Nichts, was ich meine. Hau, hau. Der Geheimeputsch. Juhi! Alter, du hast so nach Tausend. Du hast eine Million. Ja. Entschuldigung? Ja. Haha, geil. Der Klaus immer noch die kleinsten Dollar, Alter. Hahaha. Polizeipunkte, 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 hier im Klang Polizeipunkte. Wie sind Sie schön? Wie sehen Sie so lustig aus? Wie viel Geld habe ich? Eine Million und ein paar 177.000 für Freunde. Cool. Ist noch ein bisschen. Polizeipunkte. Wir sind Sie nicht mehr da. Lass mich rein. Tür dritt. Alter, die Stürmer, ist das für eine Welt? Der muss da nicht. Hahaha. Lässt erstmal dir die Wut aus. Ja. Ich bin so nur ein Mann, der Romlarven tut. Ist dein Romlarven schon wieder am Urputzeipunkte? Sorry about that. Sorry about that. Er entschuldigt sich dafür. Ohohohoho. Hast ja keinen Schaden genommen. Los, spring. Schau. Mario, los, spring Mario. Nein, Mario, doch. Nein, Mario, nein. Los, Mario. Nein, Mario. Nein, Mario, ich will antworten. Wie sich Mario antworten würde. Wie? Ja. Willst du dann von wirklich keine Ahnung? Wie? Check ich nicht. Willst du blöd so? Das war. Hahaha. Ey, das war war Luigi im blaues Käppchen. Blühle in der Käppchen. Hahaha. Piau. Die Verlobten sind in der Ecke, Alter. Polizeipunkte. Wapp. Guck mal, da sind schon Punkte auf der Karte. Alter, die drehen sich. Sie haben gefackten Punkte. Drehen sich. Drehen die Vario-Shader. Die drehen die Vario-Shader sind wieder deaktiviert. Easy. Yes. Wow. Nichts gebrochen. Cool. Fertret. Kommst du rein? War ne Metalltüe, Alter. Ja. Ist er wie Bedrock, ey. Ja, ne? Ja. Springe. Wow. Auf Rollen, Magen. Heute mal rollen wir wie ne Bowlingkugel nach unten. Bowlingrollen. Wollt ihr mich rollen? Ne, wir wollen nicht rollen. Ja, genau. Wollt ihr mich rollen? Ne, wir wollen nicht rollen. Es ist der gleiche Mensch. Wo die hier amplötetisch sind. Das sind zwischen Rollen und Rollen. Das ist ja ein ganz schweres. Unterschied, genau. Es sind bloß zwei milhões. Ja, die Vorhörter runter. Tschüss. Junge! Die schreit erst mal. Wo ist die Wett? Wo sind die drehenden Vario-Schäder geblieben? Hoffentlich rufst du nicht die drehenden Vario-Schäder an. Geht schon. Verleicht die einfach alle ab. Komm ich hier rein? Kamera. Ganz klar, ich schieße hier einfach. Schießt mir die Kamera. Hallo! 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 Geht nicht kaput. Doch, bist du. Ich habe re-loaded! Ich habe re-loaded! Was heißt das? Ich lau es noch. Die Froschlepp immer noch. Die ist besoffen, Alter. So, wer hier? Ja. Schöne Torwögen, die Gef... Haha! Denk wie! Ich wollte... 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 Und den Schlag. Ich weiß, was Schloss. Hier. Mach den raus. Oh! Ist das ein Ladezeichen? Ja. Männlich übergewichtig, eine 40 eventuell. Hast du da noch angesumt gerade? Nein. Leute, ich bin lebendig, ne? Schlitzen die dich jetzt auf? Wo bist denn gerade in der Fleischerei? Soll ich denn ein bisschen so eine Fonteurenschlachterei? Ja! Hier bist du in der Fleischerei drinne? Glaube ich. Moment, auch wo Menschenteile hängen? Das will ich jetzt sehen, Alter, da sind wirklich die Menschenteile! So wie ein Kühe aus, alle alle im Fleischhaken? Glaube ich. Oh, na, mal sehen. Dann müssen wir erstmal gucken, ob hier so eine Fleischereischiene sind, weißt du? So eine Decke, dann müssen wir die Menschenteile hängen. Yo! Yo! Junge! Ups! Junge! Möschernherr! Digga, hör doch auf zu telefonieren! Mikey Jackson ist tot! Stürmt ja auch! Hallo! Da haben sie bloß ein GTA verspätigt! Tschüss, mein Freund! Wie geht's dir denn sonst? Studio ist tot, der nächste ist tot! Der ist schon tot, da musst du ja keine Sorgen machen! Nee, jetzt ist er tot! Was sind denn die Deckenschienen? Ach, wir sind hier in einem Krankenhaus. Ach so. Beziehungsweise in einem Reichenhaus. Ach so, da kommen gleich die Deckenschienen. Jetzt? Aber wahrscheinlich kein gutes Krankenhaus. Jetzt? Aber wahrscheinlich kein gutes Krankenhaus. Müssen wir erstmal in den Tiefel. Ups! Aber wahrscheinlich kein gutes Krankenhaus, Johnny! Wie soll ich meine? Ja. Ein böses Krankenhaus. Ein Menschen... Ein... Human Slaughter Hospital. Das heißt Menschen Schlachterkrankenhaus. Anscheinend. Ja. Okay. Das nehmen wir dann. Erstmal eine maximale Gesundheit. Und... Aber... Hey! Stopp! Put your hands on your head! Dann kommen wir uns hier aus den Gebäuden. Jetzt hat die... Oh. Die haben deine Waffen weggenommen, die Viecher, Alter. Ja. Was glaubst du? Was sollten die geil mit dem Krankenhaus machen? Keine Ahnung. Ja. Na ja. Wir werden aufschlitzen wie so... Wie so... Wie so Kraik-Seiten. Nein, Mann. Sag es mal so. Aufschlitzen wie den 40er. Sag es mal so. Ja. Ja. Gut. Haben wir. Und jetzt nochmal eine Waffe. Man sie schieß von ja nicht hin. Warte ich dir was sagen. Jetzt ist wohl trotzdem schön! Und die Persuka. Ahsoka? Ja! Das wird lustig! Jetzt kommen die ersten Stürbis angelaufen Den kleinen Pistolen Der brennt auf! Das ist der Stürbis Die Kinder haben keine Chance Die Kinder haben keine Chance Ja ja! Er stöhnt doch rum! Yeah! Das geht doch ab! Hier volle Call of Duty Guilty R-Style Oder nicht? Ja Ich hab keinen Bock von hinten gekritten werden Also, trippe ich ihn bevor er mich abkommt Völter in Richtung, ey Ich hab mal abgesehen, ich kenn ja diese Aufgaben schon Das ist der Folter in Richtung mit ganzen Betten da, ey! Ne, nachher komm ich noch weiter, irgendwo er in einem Schlachthaus ist Die Menschen oder Tiere schlachtet werden? Keine Ahnung In der Deckenschein? Ich glaub ja Denn das ist ein Schlachthaus ja auch Ich hab schöne Handschuhe an! Hast du auch schöne Handschuhe an? Nein! Ich hab schöne Handschuhe an gelabert in so einem Spiel so in Spruch, ey! Spyder-Key natürlich! Wir haben ihn noch getroffen, warum auch nicht? Wir waren nach... Kommt denn gleich danach das Schlachthaus? Ich glaub nicht Erst später Ja Wasserführer hat die Befehlung schon durch Ach so, war davor schon Ich weiß doch, was ich da geil bin, sag mal was Was? Deckenschienen Ich mag Deckenschienen Keine Scherze, sag mal, warum die mag? Warum? Die sind Schienen in der Decke hängen Und sind doch Schienen auf dem Boden, oder nicht? Ja Und bei Schlachthaus sind die mal in der Decke, das find ich so geil Mich kriegt keiner Ja Da kommt Stubi! Oh, guck mal, er hat die Wand bespritzt So ein ekelhafter Typ, Alter Kommt auch noch mit seinem Blut Ja, das macht man doch nicht, hä? Was soll denn die Scheiße? Du bist draußen, ey Noch nicht Tschüss! Aber so ne Kani Balm gibt's ja nicht, ne? Nein Das ist ja geil gewesen Haushalt mit dem Boden Was? Haushalt mit dem Boden Oh, kann man, ist ja kaufbar oder downloadbar? Auch noch da Aber nicht kaufbar, ne? Nee Tschüss! Tschüss! Ja, ne Stubi, Alter! Meinen ist ihr Mann nicht dich Also wenn's da springen, dann bist du raus! Ja, ich bin's Ich warte aber noch ein bisschen ready Ja, spring doch raus Hallo? Aufschießen Ja, das ist das für ne Scheiße! Wenn du leckst euch noch nicht hin, Alter! Ich glaube, es haut das Fenster, geht nicht auf Ich glaube, die würden uns rollen Und das meine ich nur, die würden uns rollen Achso! Das geht kaputt Aber der schneidest die bestimmt in Nö Naja, stinkst ein bisschen, aber scheiß drauf Naja... Haben wir nur ein paar Wunden Kann ich jetzt aufhören? Ach, nee Komm, wir machen das out so gut Ah! Spastis! Polizei-Punkte, drei Stück Ich glaub dir doch ein Aste Auto Trainer-Vario-Shelter 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 Nuh! Fahr doch mal! Polizei-Punkte verfolgen dich bestimmt So! Easy in Hedio Searching Police Points Wo könnte ich denn hier? Wo könnte ich denn hier? Searching Police Points Search... Guck mal, die suchen dich jetzt! Oh, jetzt bist du aus dem Gebiet raus! Oder auch... Doch, die lösen sich auf die Sterne! Ich muss jetzt halt unentdeckt bleiben Jo... Kann aber auch voll gehen Sehr lustig, wenn man mal ein GTA-Spiel in allen Gebäuden einbrechen kann Egal welche Jetzt steck ich hier fest! Und auch nicht! Und auch nicht! Die Polizei-Punkte suchen dich immer noch! Oh, der wird sich wieder blau! Kann man sich denn verstecken? Die Versteckstube ist versteckt! Ja! 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 Klar, hier erstmal ein Selfie machen. Kannst du mal sagen, wie es weitergelaufen ist, ja? Wenn du schon weitergekommen bist, ich muss ja immer so was schiefen. Stiefel, Stiefel sind schön. Ich gebe auch eine Jacke, ja. Ist ja nicht kalt draußen, obwohl es im Dezember jetzt auch auf den. Ist ja nicht kalt. Nö, nö, eigentlich nicht. So, hier erstmal schön Massekar geklaut, Leute mehr. Und so, ne? Ja. Ja. Oh, fuck, ich hab sie mit. Ja, wahrscheinlich. Bisschen Verschuldung, aber egal. Ah, mein Gott. Ja, nein, ich hab die Reader zu sagen. Ah, mein Gott. Leute, wer die Autos erkennen, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, ich weiß einige werden es sehen, weil es ist GTA 5 halt nö, ich weiß nicht, von mir dürfte es auch bald allein kommt, aber online, oder auch mit Story unter online, weiß ich noch nicht davon. So, fangen wir dann jetzt erstmal zu Michael, äh, ja, Franklin, zu Franklin, ne, du, warte du, warte, du, warte, du, warte, du, warte, 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 so ist besser, vor allem, ich lass es kurz, bevor wir da sind, an und jetzt mach ich's aus, so motherfucking god damn gut. Leute, ich weiß, dass ihr mich vielleicht suchen werdet, aber ja, ich hatte Cheats an und nicht mehr. Aber das gab mir für uns nicht wirklich 악 같은 aufgrund derlor. Es ist ja schon weit可以ран, thug suitcase, bis in der Stei, was哇! Es ist, immer residues, kommentiert, fuhren aus, you have to use, you have to use the Wir sind erfolgreich entkommen. Oh, das ist ein Bobo-Kratzenhaus. Ja. Das sieht gut. Polizei-Punkte immer noch da? Nö. Hochschön. Okay. Shut up. Die Heu-Hit-Rum. Das ist mit der Enten los, Alter. Warum halt hier rum? Einfach mal eine fucking Panzerfaust, ne? Ja, schön. Ach, nee, das waren ja die. Das ist gleich hier. Und gleich verbringen die mich. Was ist denn los? Schießen, bum, bum, bum. Die freuen sich alle. Yeah, Party. Versucht es einfach erst nicht. Versucht es nicht. Ich bin eine Eigengefahr für euch. Die wollten mir ehrlich Geld abknüpfen, diese Pässe. Wie viel, 3,8 Euro? Keine Ahnung. Oder 3,50 Euro für Döner. 4,50. Stimmt. Ja. 3,50 war ja früher. War ja früher. Vor allem wieder einer, seiner aber auch hier oben stand und schoss und ich hab ihn weggebrochen. Was hast du denn gefresst sauber gemacht? Ja, 3,35. Wie viel Money dienst? Money, Money. Wo weit ich denn jetzt hin? Wo ist mein Auto? Nein. Dafür wirst du sterben. Und du. Und du. Ach, da ist mein Auto. Eine anderthalb Stunde müssen wir aufhören, ne, ja. Ja. Wegen der, wo kommen wir denn hier hin, wirst du? Ja. Oh, jetzt noch Auto. Vollskurbel. Lol. Zwei. Zwei Polizeipunkte. Polizeipunkte. Ich darf es mal kurz zu kürzumachen und es machen die anderen wieder Laufenspielchen. Tod. Wie, mir bopst was? Nein. Ich krede bopst. Zwei Polizeipunkte. Ich krede klatschen. Ich freue mich, wie cool die Zeipunkte. Ich bin so blöd, ja. Ich bin dann mal weg, ne. Tschüssi, auf Wiedersehen. Fahr los, es ist kein Need for Speed, es ist bloß GTA. Es ist viel schlimmer. Aber besser. Schlimmer, aber besser. Mein nicht. Wow. Die Ampel für grün, man fährt über rote Ampel bei GTA. Ganz ehrlich. Ja, also wirklich. Yeah, Autobahn. Schön, weil es nicht wie viele Fahrspuren die hat. Ah, wei. Aha, daneben, wenn die Straße geht. Ach, der, wow, acht, 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 acht Spur ist geil. Wir fahren aber auf die, auf jetzt vier. Ja, fahren wir wieder Langstraße, Indi, jetzt fahren wir Langstraße. Na ja, jetzt fahren wir Stadtstraße. Das stimmt auch. Hm? Ah. Gut, gar Merkschaumbrei, gefällt mir. Nein, nein, Heli. Aber der Pfosten gehört nicht so Stadtstraße mit zu. Der muss abgerissen werden. Ja. Sonst sind die ganzen Autofahrer alle böse nachher. Ich weiß ja jetzt, ob ich einfach mit einem Heli entkomme. Na ja, bis jetzt sind die Polizeipunkte noch hinten. Da vorne sind wieder welche. Was ist das hier? Gegenüber Polizei-Punkte. Entkommen die Polizei-Punkte. Man muss eine Ambrose jetzt bestimmt die Strecke fahren, oder? Gut, bin. Bin entkommen. Easy. Take it, Mori. Oh, easy. Hey, Geri. Hier schreien wir ins Hauspark, Alter. Hübsches Auto, das gefällt mir sehr. WTF. Geil, geiler Laden. Das ist ein WTF für den Laden. Hm, gehst du da ran, oder gehst du da nicht ran? Hm, nee. Du musst dir sagen, ich entkomme gerade der Polizeipunkte. Ich entkomme gerade der Polizeipunkte. Genau, den glaubst du dir noch. Sagst du, okay, die sind ja böse, die dürfen das nicht machen. Du darfst das machen, wenn du Spieler bist. Geil, versteckte Garage. Ja, ja. Geht in die Garage. Geht in die Garage. Also, fahr gleich. Geil. Ein Auto. Zwei Autos. Lauf. Der fahr ich gut gerade. Ja, ich bin sicher, dass ich das Auto beschreiben möchte, oder? A, B, C, LOL. Das passt A, B, C, LOL. Ja. A, B, C, LOL. L.S. Customs schneller, 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 schneller! Die Ampel pissen mal nach Ruhe das Glück ab! Oh, zum Glück, Alter! Ja, das Auto hat dich provoziert, das blaue Auto. Hast du sehen? Die Arschkrampe hat dich provoziert! Dude, versuch nicht abzuhauen. Ich bin faster than you. Versenken wir ein paar Autos, versenken wir ein paar Autos. Die stinken nach Schweiß. Und wie können denn Autos nach Schweiß stinken? Ah, es ist wieder ein typisch, es ist grün. Deswegen halt dich ja auch an, ne? Ja, schön! Steht mir da nicht im Weg rum! Oh, das ist ein Punkt! Ne, das ist interessant, wir kommen noch hinten. Und weiter hier die Tour. Alter, Shakeboard, John Boy, Shakeboard! Ja, ne? Einfach so... Junge! Die planten Stiobis fahren, wie sie wollen, ey! Nur du darfst fahren, wie du willst! Na, ehrlich! Sag mal, haben die keinen Respekt oder was für Spielern? Die sind ja Spieler-intolerant oder nicht? Ja. Nein, nicht! Spieler-intolerante Farbe! Leute, fahr doch mal bei Rot, Junge! Ja, ja, ihr Spielern... Rot ist das neue Grün! Das stimmt! Die Ampel wurde geupgradet! Von Grün auf Rot! Grün ist eine Angeberfarbe! Ja! Und Gelb ist eine Muttersöhnchenfarbe! Und Gelb ist eine Muttersöhnchenfarbe! Und Rot ist die Bossfarbe! Genau! Ist der Super Mario auch rot, weil er der Boss ist! Ja, ne? Super! Oh, mein Auto ist noch ein bisschen geputzt! Was ist noch deine Millionen? Ja! Ja, also... 80%iger... Du musst die Panzerung nehmen! Ja, 80%iger! 100%! Kann ich leider noch nicht! Ach so! Besser Motor! Ausbruch einfach! Ich kann ausbruch einfach! Nein! Ups! Ich wollte natürlich auch! Ups! Ups! Stopp! Ja! Soll nicht jetzt nach einer Viertelstunde laufen! Wir laufen jetzt bis zur Absturzart einem Laufen her! Ja! Bis 47.13! Hallo! Ich bin wieder da! Okay! Max! Ja! Mogen! So wollen wir nicht rein, wer da! Zenon! Jupp! Da haben wir Panzer rein! Wenn das noch geht, Panzerung! Oder hast du schon alle Panzer... Hast du schon alles, ja? Matt nehmen wir... Weiß! Das sieht gut aus. Blau sah die gut aus. Blau und weiß, das sieht geil aus. Autobahnfarbe. Dach? Würde ich auch schwarz nehmen. Lackiertes Dach. Steuern? Gt. Gt. Gt, ne? Ich zeig mal Carbon. Das ist für ein Vergleich. Ne, Carbon sieht nicht gut aus. Gt ist besser. Fährung? Sport? Oder es passen? Was machst du denn bei den Einzelgrader? Die Reifen? Nein. Fährung? Nimm mal ein bisschen höher. Dann kommst du über die Berge besser rüber. Also die? Bei dir ist noch ein Stück weiter tiefer. Ja, wenn du über die Berge rüberkommst, weil sie die Vollforsten wieder irgendwo durch die Landschaft fahren lassen. Ja. Ich bin immer noch bei einem Millionen. Ist doch gut. Ich würde alles Panzerung nehmen, was nur jedem würde. Die hast du nie Millionen bekommen. Wie ist es dadurch? Keine Ahnung, die ist einfach da gewesen. Was stellen die für die Bank aus der Brom-Taste? Wahrscheinlich. Kommt, ne? Blau. Blauer Reifen, ne? Ah, Felgen. Massig? Genau. Boah. Boah. Nein, nein, nein. Ich würde auch kugelsichere Bremsdinger nehmen. Hier, Bremssteine. Ne, die brauchen wir nicht bremsichern. Achso. Die, die, und? Nein. Und die in der Farbe? Hm, rot sieht nicht so gut aus. Ich würde blau oder schwarz nehmen. Pink. Orange. Gold. Gold. Ja, orange sieht das passt eigentlich. Fenster. Solange man nicht gerade so bunt... Ich würde orange Fenster nehmen. Gibt ja nicht. Dann nimmst du schwarz. Nein, schwarz. So. Muss ja nicht gerade so eine bunte Mickey Mouse Karre sein. Ich meine, jetzt, wenn wir alles bunt machen würden, wisst ihr? Super. Geil. Jo, das ist lustig. Schön. LKW-Hoop. Ja, LKW-Hoop. Ja, geil. Clowns-Hoop. Clowns-Hoop wäre so albern. Cool. Albern. Ja, das kannst du Leute verarschen. Fährst du mit Clowns-Hoop und bringst dich alle um, Alter. Kennst du eigentlich Horrorfilm-Clowns? Ja. Genau, kennst du auch Horrorfilm-Clowns eigentlich? Ja. Kennst du, wie heißt er? Ähm, Wandernde Tears? Nein. Ist auch ein Horror-Clown. Kennst du als Horror-Clowns? Ich kenn halt auch keinen. Ich kenn nur Filme davon wenig. Das ist wieder, wie ich's Filme nennen kann. Rammel wie. Des Casper, Todes Casper. Der Hupe, wisst du? Mach doch, das ist ja rot. Du musst den Hupe mit der Hupe entnehmen wer grün ist. Hahahaha. Habe heute ne. Komm, bei den anderen interessiert das gar nicht, dass der Clown-Hoop war. Ist doch traurig. Komm, die anderen geht alle den Arsch vorbei. Warum freuen die sich nicht? Ich muss dich mal rächen, dass die Lied nicht respektieren. Mann, nein! Stubi will nicht telefonieren. Musst du weiterleiten, raten an wem? Mr. Quest! Geld! Jetzt ist er denn die Pause voll, weißt du? Geld ist cool! Was ist das jetzt denn? Oh, na, ho, ja, schmaler. Ist es wieder auf Tune? Nein. Ach so. Ich stelle jetzt in meine Garage, hm? Ach so, der Tuning Shop sah dann ein bisschen so ähnlich aus. Ja. Ja. So, mal gucken, welches Auto nehmen wir dann hier? Das... Ach, hast du ja auch das geil? Ja. Geil! Was? Geil! Guck mal, Minecraft-Blog jetzt gerade. Wo? Auf deiner Karte. Auf deiner sieht aus wie ein Minecraft-Wild. Ja... Turismo mit einer Hand? Ne... Ähm... Centor... Ne... Ne... Ich werde auch kein Centor. Regesta! Regesta ist auch ein cooler Name. Gestro. Kennst du den? Ne... Lego-Legon-Legon-Nexo-Knex! Ne... Links. Ah! Ach so! Ja, das ist bei mir mein Boot auch so. Das ist dein Komfort. Ach so! Du rammst die um, ey! Oh, dann machst du das an der Auto kaputt! Uupsi, schlupsi! Ja, das Auto will ich nicht haben. Und... Ja, du machst es... Hast du den Funky bezahlt? Ne. Ach so! Den Glast hälst du mit der Sucke ab? Ne... Ne, ich suche den Jedi. Hast du das? Den Jedi. Ach so, der dich da abgespürt hat. Das ist eben Standing Club. Nicht, dass er da kurz schon kommt. Ja... Also, denn du hast eine Fahndungsstufe. Wenn es so absurdiert, wie man es wollte. Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, Mann! Keine Packer vor mir, du Scheiße. Guck mal, Polizeipunkte kommen! Ich mag Polizeipunkte! Ich mag Polizeipunkte! Ich mag Polizeipunkte! So gefällt das Family Guy! Jetzt sagen die Autos so, reiz mich nicht oder ich explodiere! Jetzt sagen die Autos schon, die... Die darfst du nicht reizen, die Autos, sonst knallen die. Die Creeper. Frei! Ja! Checkport! Ja, was ich alles so kann, oder? Ja, das ist cool! Ich will mir den Wohnschirm, Johnny. Was? Wenn du das nächste Mal hier das ganze GTA wieder mitbringst? Ja. Gut. Du kannst aber alles spielen, wenn du willst. Ja. Das sind immer Spiele da nicht. Ja. Willst du mal was anderes spielen? Ja. Wenn, ne, ne. Und jetzt noch eine Stunde, eine Stunde zehn? Ja. Wenn du eine Idee, eine Stunde zehn pro Silvesterfahrt? Ja. Wie gut. Das ist dagegen eine Stunde zehn. Ja. 2 Minuten. Weil mir jetzt so viel, dass du tot bist. Ja. Mach jetzt so. Es wird fortgesetzt. Oh yeah. BAM BAM BAM! Bis dann Leute! Baaaaah!